Das Entwicklungsprojekt ist sicherlich eins der Highlights in diesem Programm. Die Teilnehmenden werden schon gleich am Anfang mit uns daran arbeiten, zu überlegen, was genau wollen sie eigentlich in ihrer Organisation weiterentwickeln, auf ein neues Level bringen. Und das ist für uns tatsächlich so ähnlich wie manchmal nur eine kleine Übung, die man macht, um einen bestimmten Muskel zu entwickeln, den man aber ausbilden muss, um zum Beispiel eine neue Art von Kletterei zu schaffen. Und das ist im Unternehmen natürlich nicht ganz so einfach zu übertragen. Das heißt, das hat sehr viel mit Analyse zu tun. Das hat sehr viel mit zu tun damit, dass man was immer wieder üben, trainieren und so weiter muss, bis man dann irgendwann so stark ist, dass man das schaffen kann. Und das wollen wir mit dem Programm tatsächlich begleiten, unterstützen und den Menschen dabei helfen, das zu schaffen. Ein Beispiel vielleicht? Genau, das muss gar nichts Großes sein. Es kann anfangen mit, ich entwickle mich zu einem agilen Team und werde eher als agile Führungskraft wahrgenommen. Oder ich sage, wir wollen ein High-Performance-Team werden, wo es viel darum geht, Psychological Safety zu schaffen, das Team die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu fühlen, sich selber als Führungskraft zurückzunehmen und mehr als Coach und Sparings-Partner da zu sein. Und da kann jeder Teilnehmende im Vorfeld sich selbst überlegen, was könnte es denn sein und das dann mit uns zusammen ausgestalten. Vielen Dank. Vielen Dank.